Das Luftbild zeigt die zahllosen Bombentrichter entlang der Sulzbacher Straße, die im weiteren Verlauf zur linken Bildseite hin zur Luitpoldhütte führt. Im Hintergrund ist die Luitpoldhöhe mit der Pfarrei und Kirche St. Barbara auszumachen. Die Gießerei wurde im Jahre 1883 als Hochofenwerk gegründet, später als Ambergerhütte bezeichnet und im Jahre 1911 anlässlich des 90. Geburtstages des bayerischen Prinzregenten Luitpold von Bayern in Luitpoldhütte umbenannt. Im Zweiten Weltkrieg galt die Luitpoldhütte als kriegswichtig, weshalb die Luitpoldhöhe und die angrenzende Luitpoldkolonie noch im April 1945 von Bombenangriffen stark beschädigt wurden. Das Luftbild zeigt die Amberger E-Mail-Lier und Stanzwerke, die sich von der Marienstraße bis zu den Bahngleisen erstreckte. In Richtung Süden bzw. zur rechten Seite im Luftbild wurden die Stanz- und E-Mail-Lier-Werke Gebrüder Baumann von der Regensburger Straße begrenzt. Das Unternehmen wurde bereits im Jahre 1872 gegründet und war im 20. Jahrhundert mit etwa 2.600 bis 2.900 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Oberpfalz. Die Luftaufnahme lässt sich leider nicht mehr mit der heutigen Stadtansicht von Amberg vergleichen, weil die Fabrik der Gebrüder Baumann im Jahre 1986 Konkurs anmelden musste. Versuche, das Firmengelände ganz oder teilweise als Industriedenkmal zu erhalten, scheiterten am geringen Interesse des Denkmalschutzamtes, sodass im Jahre 1987 mit den Abbrucharbeiten begonnen wurde. Dort, wo einstmals der größte Industriebetrieb der Oberpfalz stand, stehen heute ein Parkhaus und Bürogebäude. Dennoch lassen sich auf der historischen Luftbildaufnahme Häuser identifizieren, die damals wie heute noch vorhanden sind, beispielsweise jene Gebäude, die auf der Regensburger Straße bis hin zum großen Amberger Kreisel stehen. Das Luftbild weist jedoch eine Besonderheit auf, die bislang in keiner Firmenchronik oder Stadtchronik Erwähnung gefunden hat, nämlich die ins Auge stechende Beschriftung POW, die auf dem Dach des kleinen Gasfabrikgebäudes steht, das vor dem Dampfkesselhaus und dem Magazingebäude angesiedelt war. Die Abkürzung bedeutet Prisoners of War, also Kriegsgefangene. Wurden in der Fabrik Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit einquartiert? Diente die Fabrik zum Ende des Zweiten Weltkrieges den Alliierten, um dort deutsche Soldaten einzusperren? War die Aufschrift POW nur Tarnung, um die Fabrik vor Luftangriffen zu schützen? Dies bleibt bislang unklar. Die Luftaufnahme zeigt das Heereszeugamt bzw. Munitionsdepot der Metzer Kaserne, ältere Artillerie-Kaserne, später Leopold-Kaserne genannt, in Amberg. Das Heereszeugamt und sein Munitionsdepot waren ein wichtiges Angriffsziel der Alliierten Bomber, sodass die historische Luftaufnahme unzählig viele Bombentrichter abbildet. Eindeutig ist der Verlauf der Bahngleise zu erkennen, der auch heute noch vorhanden ist und zwar ausgehend vom Gewerbegebiet Ost, Franzosennecker, entlang der heutigen Rosenthalstraße und Egerlandstraße. Bemerkenswert ist, dass exakt auf diesem Trümmergrundstück in den 1960er Jahren das Glaswerk in Amberg entstand, das seinerzeit Thomas Glaswerk hieß und heute als Kristallglasfabrik Amberg firmiert. Jenes Glaswerk, das inoffiziell auch als Glaskathedrale bezeichnet wird, ist das letzte Industriebauwerk des Bauhausgründers Walter Gropius. Ebenso sind nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Gropiusstraße, Lembergerstraße, Breslauerstraße, Karlsbaderstraße, Geresheimerstraße und Claudivec zahlreiche Wohngebäude sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut worden. Hinweis Die Trolley-Mission war eine geheime Flugmission der US-amerikanischen Luftwaffe im Mai 1945, damals sind Luftaufnahmen erstellt worden, die deutsche Städte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sprichwörtlich zur Stunde Null zeigen. Privatleute, Stadtarchive sowie Unternehmen können die historischen Luftbilder kostenpflichtig lizenzieren lassen. Mit einer Nutzungslizenz können die Luftaufnahmen in Büchern, in Zeitschriften, in Fernsehdokumentationen, in Ausstellungen sowie in sonstigen Veröffentlichungen verwendet werden.